Live-Musik im Crazy Rock in Bruckherzogernstgasse bietet immer wieder für Musikgenießer etwas Besonderes. Diesmal ist es Jasmin Holzmann und Band, die mit Rock, Pop und Funk begeistert wird. Also in der Besetzung gibt es uns jetzt seit knapp fünf Jahren. Wir haben ja eigentlich auch noch so ein anderes Projekt laufen, das das Hauptprojekt ist, wo wir eigenständige, selbstgeschriebene Songs machen. Deutsche Popmusik und aus der Formation heraus hat sich jetzt also MLG entwickelt, MLG Jasmin, unser Cabo-Projekt, mit dem wir aber so klasse Beißen spielen können, wie hier in Bruck zum Beispiel. I think it's great about me, there's nothing, there's nothing, there's nothing, there's nothing. Yes. Super. Hervorragend. Kommt gut. Ganz gut. Die Musik ist gut, danke. Die Musik ist gut. Die Musik ist gut. Die Musik ist gut. Die Musik ist gut, nein. Bis zum nächsten Mal.